Heute möchte ich dir mal zeigen, wie du Suchbegriffe von Google finden kannst. Mein Name ist Sven Sulik. Ich bin Videograf und Gründer von VideoDuo. Wie du ganz einfach Suchbegriffe finden kannst. Fangen wir an bei den allgemeinen Suchbegriffen. Ich fange jetzt mal an hier bei Google Trends. Wenn ich jetzt hier eingebe, zum Beispiel in meinem Fall Hochzeit, wird mir auch schon vorgeschlagen als Thema. Dann weiß ich, okay, es nimmt natürlich ab aufgrund der Corona-Krise. Und jetzt weiß ich zum Beispiel, dass im August so die meisten Suchanfragen sind für Hochzeiten. Das ist jetzt im Bereich Deutschland. Dann verwandte Themen, ähnliche Themen. Corona-Hochzeit ist momentan natürlich Hochzeiten Corona. Das wären so die Suchbegriffe, wo man jetzt zum Beispiel einen Beitrag für erstellen könnte. Für zum Beispiel den Suchbegriff Corona-Hochzeit. Und dann würde man wahrscheinlich auch mit Sicherheit dort ganz schnell gefunden werden bei Google, weil das sehr häufig gesucht wird. Die nächste Sache, die ich dir zeigen möchte, ist der Jahresrückblick. Jetzt kannst du zum Beispiel schauen, was es für Suchbegriffe gab damals 2019. Welche Suchbegriffe allgemein, nach welchen Leuten, nach welchen News, nach welchen Athleten, welche Filme. Ist alles nochmal schön unterteilt, damit man hier nochmal gucken kann, was waren die letzten Suchbegriffe. Finde ich auch sehr interessant. Hier gibt es nochmal so ein Video von YouTube, was so vorgekommen ist 2019. Das nächste ist die Google Suggest. Und zwar ist es ganz einfach, wenn du bei Google etwas eingibst, dann hast du ja oben deinen Suchbegriff, was du eingibst. Und darunter einfach noch die Kategorien an weiteren Suchbegriffen. Das ist diese Suggest-Funktion. Immer ganz einfach, das, was oben steht, wird am meisten gesucht. Das, was unten steht, wird weniger gesucht. Die Links und so packe ich dir natürlich nochmal in die Videobeschreibung. Das nächste, was ich dir zeigen möchte, was auch häufig verwendet wird, ist der Keyword Planner. Und zwar findest du den einfach, wenn du wieder auf Tools gehst, Eigenschaften, Keyword Planner, kommst du zu dieser Seite. Jetzt hast du hier zwei verschiedene Varianten. Du suchst natürlich neue Keywords. Also du hast jetzt ungefähr eine Idee, nach was du suchen möchtest. Ich würde jetzt zum Beispiel nach Hochzeit suchen. Lass mir die Suchergebnisse anzeigen. Und jetzt werden hier die meisten Sachen angezeigt, die generell im Bereich Hochzeit gesucht werden. Der Wettbewerb wird ja angezeigt, wie oft das im Monat hier gesucht wird. Also 1000 bis 10.000 Mal. Und was dich das Ganze kosten würde, wenn du jetzt hier ungefähr Werbung draufschalten würdest. Und dann gibt es hier noch andere Kategorien. Und was halt schlau ist, wenn man halt guckt, wo ist hier der Wettbewerb gering. Dann Hochzeit auf den ersten Blick könnte man jetzt zum Beispiel, da ist zum Beispiel gar nichts angegeben. Da könnte man jetzt einen Blogbeitrag machen für Hochzeit auf den ersten Blick. Das ist das eine Beispiel. Hier kann ich noch weitere Kategorien oben eingeben, aber das brauche ich jetzt nicht. Nur, dass du mal gesehen hast, wie man bei Google Planner die Wörter suchen kann. Kommen wir zum nächsten. Das nächste ist ein Tool, um Sachen zu finden. Das ist auch kostenlos. Du kannst einfach auf die Webseite gehen, gibst hier dein Keyword ein. Ich habe es jetzt schon mal getan. Ihr Hochzeitsvideo ist ein Suchvolumen von 2400 Mal im Monat. CPC. Wie kostbar pro Klick heißt das. Was ist der Wettbewerb? Was sind die Suchresultate? Wie viel insgesamt? Und hier unten ist nochmal die Begriffserklärung ganz schön erläutert, wie das Ganze funktioniert. Was ich auch cool finde auf der Seite. Ich finde sie sehr einfach, sehr strukturiert. Und dass du hier nochmal eine SEO-Optimierung in sieben Schritten hast, wie du auf Platz 1 kommst. Finde ich auch sehr coole Webseite, sehr zu empfehlen. Das nächste ist hier die Keywordtools.org. Da kannst du auch deinen Suchbegriff eingeben. Habe ich natürlich schon gemacht. Dann, was vergleichsweise für Suchbegriffe eingegeben werden, wenn Hochzeitsvideo zum Beispiel eingegeben wird in Deutschland. Was das Ganze wieder kostet. Wie der Wettbewerb ist. Und jetzt zum Beispiel Hochzeitssprüche wäre jetzt sowas, was man noch machen könnte. Und Imagevideo bei Hochzeitsvideo. Okay. Na gut, das machen wir einfach mal weiter. Das nächste wäre hier das Motzo. Dazu muss man sich allerdings anmelden. Wenn ich hier draufklicke, kann man sich hier anmelden. Wahrscheinlich auch kostenlos. Und dann findet man hier die Keywords, die man noch dazu braucht. Das nächste ist Searchmetrics. Damit kann ich zum Beispiel eine Domain überprüfen und kann dann gucken, was ist da so die Content Performance auf dieser Webseite. Also wie toll wir diese Webseite gefunden haben. Hier finde ich jetzt zum Beispiel auch Deutschland. Und dann kann ich das Ganze hier nochmal raussuchen. Die nächste Seite ist der Term Explorer. Das muss ich mich auch zu anmelden und finde auch sogar profitable Keywords. Also die sind schon aufs Business geschult, dass ich dann wirklich auch Anzeigen so verstehe. Und Keywörter, dass ich da vernünftig dann später damit dann euch Leads und Geld verdienen kann. Dann nochmal was Kostenloses und zwar ist das hier das Bing. Bing ist ja auch der Konkurrenz quasi von Google. Aber cool ist Google, schlägt sogar vor, dass man, wenn man Keywörter haben möchte, dass man sich hier auch anmelden kann. Bei der Search-Konsole von Bing einfach anmelden oder registrieren und dann findet man das. Nochmal zusammengefasst, wenn du dein Keyword finden möchtest, gibst einfach deinen Oberbegriff ein, analysierst ungefähr, was die Leute auch suchen. Und dann schreibst du dazu Blogbeiträge oder noch besser, du machst ein Video dazu, informierst die Leute, produzierst Content und du wirst dann automatisch bei Google gefunden. Das war es auch schon. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Videos und mit deinen Projekten. Bis dahin. Ciao. Dein Sven Sulik. Dankeschön für deine Zeit. Den Link zu meinem kostenlosen Leitfaden findest du unten in der Videobeschreibung. Bevor es weitergeht, möchte ich dich kurz bitten, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Einfach hier klicken. Dankeschön.